Musik Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, That Is Who You Are. Ich finde, das ist einer der schönsten Worship-Songs, die es gibt und er gehört definitiv zu meinen persönlichen Lieblingssongs. Es freut mich heute, mega da zu sein und es ist mir eine Ehre, schon das zweite Mal da vorne zu stehen am heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt eure Ohren gespitzt und fühlt euch wohl und seid parat. Ich habe mir von diesem Lied den Refrain mal ein bisschen genauer angeschaut und möchte mit euch heute Abend die vier Hauptsätze, die ich vorher gesagt habe, anhand von Beispielen der Bibel und aus meinem eigenen Leben ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Bei mir ist es so, dass ich in der Zeit, als ich in der Jüngerschaftsschule war, ich habe so eine DTS gemacht, Discipleship Training School, bis dort dann habe ich eigentlich fast kein Englisch können. Ich habe zwar in der Schule so ein bisschen Englisch gehabt, aber nicht wirklich gut gewesen. Und dort habe ich dann Englisch gelernt und am einen Abend hat der eine Lehrer zum Song Blessed Be Your Name, ich hoffe, den kennen Sie den meisten, einen Input gemacht und in diesem Song gibt es Ziele, You give and take away, my heart will choose to say, Lord blessed be your name. Als ich das so ein bisschen gehört habe und den Input gehört habe, habe ich mir angefangen, ich kann so ein bisschen Gedanken machen zu dem. Kann ich wirklich sagen, hey Gott, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst, ganz egal, ich will deinen Namen preisen, dein Name soll gepreist werden. Und ich habe angefangen, das nicht als Aussage zu singen, sondern bewusst als Gebet für mich selber. Immer wenn der Song kommt, weil ich dort ehrlich sein will, kann ich das als Gebet singen, weil ich nicht ehrlich wäre, wenn ich sage, hey, egal was du mir nimmst, dein Name soll gepreist werden. Und unter anderem wegen diesem Input von damals, darf ich heute selber dastehen und über ein Lied predigen. Und ich habe das Waymaker-Lied ausgewählt, eben weil es unter anderem eines der schönsten Lieder ist und weil ich diesen Refrain so cool finde. Der erste Ding ist Waymaker, was übersetzt so Wegmacher oder Wegbereiter bedeutet. Ich weiss nicht, auf welchem Weg ihr euch gerade befindet, wo ihr unterwegs seid, wie es euch geht, aber ich weiss, Gott kennt euren Weg und Gott ist mit euch auf diesem Weg. In der Bibel finden wir mega viele Geschichten, wenn wir durchgehen, wo Gott mit Leuten auf dem Weg ist, die sie begleiten, wo er der Waymaker ist von diesen Leuten. Und ich habe euch die erste Person mitgebracht, ihr müsst da ein bisschen mitmachen. Wer ist das? Weiss es jemand? Genau, der David. Der David ist der jüngste Sohn vom Isai und hat sieben Brüderen gehabt. Ich glaube, ich stelle mir das noch brutal herausfordernd vor. Ich weiss nicht, ob jemand von euch sieben Geschwister hat und wenn das jemand hat, eben sogar sieben grosse Brüderen hat. Ich glaube, das ist nicht immer so einfach als Kleinste und Jüngste dort in dieser Familie. David war als Hirt draussen und musste auf die Schafe aufpassen. Bei Wind und Wetter war er ausgesetzt und musste das, was ihm anvertraut ist, bewachen vor wilden Tieren, vor dem Wetter, vor anderen Menschen. Und er hat seinen Job recht ernst genommen. Und dann kommt eines Tages Samuel zu diesem Haus und sucht einen neuen König. Einen nach dem anderen von diesen Brüdern von David kommen und Samuel schaut es an und sagt, nein, das ist es nicht, nein, das ist es auch nicht, nein, das ist es auch nicht. Und am Schluss heisst es, hey, wir haben noch einen, der Kleine, der draussen ist, der, der vielleicht auch nicht so viel wert ist, weil er gar nicht zur Diskussion gestanden ist, ob er König werden soll. Und er kommt und Samuel salbt ihn. Und schon dort sieht man, wie Gott mit David einen Weg macht, den er in den Wetter ist. Auch später im Leben von David gibt es Geschichten oder gibt es Beispiele, wo man mega gut sieht, wie Gott an David seine Schritte lenkt. Seine Brüder sind im Krieg gegen die Philister. Der grosse Goliath steht dort, alle haben Angst, die grotten, krassen Brüdern. Und wer kommt und wem hilft Gott? Wieder dem David. Es gibt noch mega viele weitere Beispiele, wo man von David lernen könnte, wie Gott Weg führt, wie Gott Waymaker ist. Und ich finde, man könnte mega viel von diesem David lernen, wenn es um den Waymaker geht. Vielleicht bist du heute da und denkst, hey, ich bin auch so ein bisschen ein David in den jungen Jahren. Ich bin auch ein bisschen zu dick, zu dünn, zu arm. Ich kann nichts. Dann will ich dir sagen, hey, vertraue als ersten Punkt am Herr deine Wege an. Vertraue ihm, weil er will auch dein Waymaker sein. Auch ich persönlich kenne so Situationen, wo ich nicht sicher bin, hey, kann ich das? Bin ich genug gut? Darf ich überhaupt so vorne auf einer Kanzlerin stehen und zu Leuten reden? Schaffe ich das wirklich? Und ich bin so froh, dass ich dort Gottes herlege und ihm sage, hey, bist du mein Waymaker? Ich plane zwar, aber du bist der, der führt. Und ich wünsche mir das für euch als ersten Punkt, dass ihr das auch dürft, dass ihr könnt sagen, hey, Gott, du bist mein Waymaker. Ich habe zu jedem von diesen vier Aussagen auch noch ein Vers mitgenommen und für Waymaker habe ich aus Sprüch 16,9 Der Herr plant seinen Weg, aber, äh, Entschuldigung, Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und genau das wünsche ich dir, dass du dem Herrn vertrauen darfst und er deine Schritte lenken darf. Kommen wir zum Zweiten. Miracle Worker. Übersetzt Wundermacher. Und ich glaube, unser Gott tut Wunder. Ich glaube daran und er macht das nicht nur früher, sondern ich glaube fest daran und ich hoffe mir auch, dass er das auch heute noch kann und er macht. Wer kennt den Mann da? 100 Punkte. Paulus, Saulus, ja genau. Genau, der Paulus. Eine sehr, sehr spannende Person im Christentum. Ein hochdekorierter Mann. Einer, der viele Briefe geschrieben hat. Aber ein Mann, wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt, bevor er all diese coolen Briefe geschrieben hat von der Bibel, ganz ein anderes Leben gehabt hat. Er war ein Mann, der vom Christentum nichts wusste. Er ist sogar so weit gegangen, dass er die Christen verfolgt hat, umgebracht hat teilweise. Und ich habe mich dort auch schon gefragt, hey, so ein Mensch kann doch nicht zu Gott kommen. Einer, der Christen, der sein Volk verfolgt, so einen kann Gott brauchen. Aber was ich Hammer an Gott finde und mega cool, dass Gott nicht auf Äusserlichkeiten schaut, sondern er schaut an ihnen. Er schaut aufs Herz. Und Gott begegnet dem Paulus, wo, der Paulus ist dort gerade unterwegs mit einem Empfehlungsschreiben vom hohen Priester nach Damaskus, um dort neue Christen gefangen zu nehmen. Und Gott begegnet ihn, macht ihn blind, redet zu ihm und das verändert sein Leben schlagartig. Und ich finde das mega cool, so Wundergeschichten. Ich liebe so Wundergeschichten. Und ich kann euch nur empfehlen, mal in der Bibel oder bei Google Wundergeschichten im Bibel zu googeln. Es gibt so viele coole Geschichten. Die einen von euch, die mich schon ein bisschen besser kennen oder die beim Taggottesdienst dabei waren, die wissen, dass ich mich mit dieser Person da oder mit dem Paulus ein bisschen identifizieren kann. Ich habe zwar nie Christen umgebracht oder verfolgt, aber ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, in der ich nichts von Christentum wissen wollte. Ich habe mich lieber um Fussballstadien geprügelt, gegen andere Fans, gegen die Polizei und habe Leute verletzt, so wie es Paulus gemacht hat. 2012, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann sogar so weit, dass ich für drei Tage in Spanien im Gefängnis gewesen bin, wegen einem Angriff auf die Polizei. Und dort ist mir Gott begegnet, wie dem Paulus. Nicht direkt, aber ich habe wirklich gespürt, wie er irgendwie da ist. Und ab diesem Moment habe ich gewusst, ich will nicht mehr ohne diesen Gott leben. Dieser Gott, der so Wunder tut, der mich zurückholt, einer, der so viel Seich gemacht hat. Ich will mit diesem Gott wieder Zeit verbringen. Ich weiss nicht, wie das in deinem Leben ist, wie das in deinem Leben aussieht. Ich hoffe natürlich, dass niemand von euch Christen verfolgt oder sogar getötet. Aber vielleicht hast du mit dem Christentum gar nicht so viel am Hut. Vielleicht bist du heute da, weil irgendein Kollege gesagt hat, hey, auf der Bühne steht vielleicht noch einer, der noch cool reden kann. Kommst du mit, komm, wir hören dem mal zu. Aber in deinem Herz hast du gar noch nie die Entscheidung getroffen. Und vielleicht hast du auch irgendetwas in deinem Leben, das dich von Gott trennt oder dich an ihm zweifeln lässt. Oder du hast selber Sachen erlebt, wo es für dich heisst, hey, ich habe gar keine Beziehung mit dem Gott eingehen. Das kann doch nicht sein, dass er mich liebt. Dann will ich dir genau das sagen, hey, Gott ist ein Wundermacher und er liebt dich so, wie du bist. Und er schaut, wie beim Paulus, schaut er nicht auf sein Ässerliche, sondern er schaut, wie schon gesagt, aufs Herz. Er hat früher mega viel Wunder getan und er macht es auch jetzt noch. Und ich wünsche dir, dass du so Wunder erleben darfst in deinem Leben, dass du sehen darfst, wie Gott Wunder macht, dass du selbst ein Wunder sein darfst, weil, Achtung, Wortspiel, du bist auch wunderbar gemacht. Und ich glaube, dass jeder so brutal gut geschaffen ist, wunderbar, und Gott mit einem einen mega Plan hat. Er ist nicht nur dein Waymaker, sondern auch dein Miracle Worker. In Matthäus 26, äh, 1926 lesen wir, Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ich finde das einen mega coolen Vers. Wir können nichts ohne Gott eigentlich. Er hat das Leben geschehen. Er hat das Wunder gemacht, dass wir heute da sind. Und ich glaube, wir gehen mega viel mit viel zu wehren offenen Augen durch die Welt. Schon nur, wenn ihr mal euren Nachbarn anschaut, wie verschieden wir gearbeitet sind, wie jeder von uns Beine hat zum Laufen, Arm, die, die Uni-Hockey spielen, wie der Körper kann diese Situation aushalten von Stop and Go. Ich finde das ein mega Wunder, dass wir heute am Morgen den Verlaufstand neuen Tage erleben dürfen. Nehmen wir uns doch den Vers ins Herzen und sagen, hey Gott, mit dir ist alles möglich. Als nächstes haben wir den Promise Keeper. Da ist es ein bisschen schwieriger gewesen, eine richtige Übersetzung zu finden. Und ich finde es spannend, dass überall, weil ich die Predigt schon ein, zweimal gehalten habe und immer schauen, wie es die jeweilige Gemeinde übersetzt hat in ihren Folien. Ich habe schon so viele verschiedene Übersetzungen gesehen für das Promise Keeper. Ich würde es übersetzen mit der, der Versprechen hält. Und das ist Gott definitiv. Gott halten seine Versprechen. In der Bibel finden wir eine mega coole Geschichte dazu. Und es gibt auch andere, aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Wer kennt die zwei? Hat es schon jemand gesagt? Weiss es jemand? Amen. Abraham und Sarah, genau. Abraham und Sarah, zwei gottesfürchtige Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die schon recht alt waren, der Teil, der jetzt die Geschichte spielt. Sie haben sich nichts Ähnlicheres als Kind gewünscht, aber irgendwie ist ihnen verwehrt geblieben. Es ist sogar so weit gekommen, dass Sarah gesagt hat, Entschuldigung, er darf sogar mit seiner Sklavin Hagar Kinder zeugen. Doch am einen Abend, wo Abraham mit seiner Frau im Zelt ist, begegnet Gott, er ruft ihn aus dem Zelt raus, zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel. Ich finde das mega cool, dass Gott der Promise Keeper ist. Er recht alt wird Sarah schwanger und bringt kurz darauf runter den Isak zur Welt. Gott hat also sein Versprechen gehalten, weil es sind noch mehr Söhne dazukommen und er hält das Versprechen auch heute noch. Ich selber bin ein klassischer ADHSler, vielleicht merken, dass ich nie ganz ruhig stehen hinter dem Ding. Und zudem habe ich auch Legasthenie, das heisst, ihr werdet nie von mir etwas Handsgeschriebenes bekommen, weil ihr werdet es nicht lesen können, weil ich, wie die einen vielleicht sagen, den Sau klauen habe. Und zudem habe ich Schule früher richtig gehasst. Ich bin nicht gerne in Schule, ich bin auch viel gemobbt worden und habe die Schulzeit nicht so cool in Erinnerung. Und als ich mich 2017 entschlossen habe, Theologie Technik, habe ich nicht gewusst, wie ich das machen soll. Wie soll ich wieder in Schule arbeiten schreiben? Es ist ein Studium, also es ist nicht einfach so ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch und so. Sondern es ist wirklich Seite an Seite schreiben, lernen, auswendig lernen. Und ich habe dort mit Gott ein Versprechen gemacht, hey, schau, ich mache das, aber du musst mir versprechen, dass du bei mir bist, dass du mich begleitest, dass du mich mein Promise Keeper bist. Und ich kann das bitte sagen, dass Gott mich immer begleitet hat. Er war hier, er schreibt zwar keine Arbeiten für mich, leider, das wäre noch cool, aber er begleitet mich bei Prüfungen, er begleitet mich beim Arbeiten schreiben. Laut Statistik von Theologiestudium ist irgendwann ein Moment, wo man eine Megakrise hat. Ich bin jetzt seit knapp fünfeinhalb Jahre dran, ich habe nicht einen Tag eine Megakrise gehabt bis jetzt im Studium. Ich finde es einfach hammer, wie Gott mich begleitet. Ich darf eine 60%-Stelle in meiner Gemeinde haben und dort auch Büroarbeit machen und unter anderem Jungschi-Programme schreiben, Uni-Hockey-Trainings usw. Und sogar das macht mir mittlerweile Freude. weil ich weiss, hey Gott hat mir oder wir haben das Versprechen einander gegeben, dass er da ist und ich dafür mich ganz für ihn arbeite. Das ist das dritte, was ich dir wünsche, dass du voll und ganz auf ihn vertrauen kannst, dass er dein Promise Keeper sein. Eventuell steckst du irgendwo in einer Arbeit oder im Privatleben irgendwo fest und weiss nicht mehr weiter. Eventuell bist du sogar auch auf der Suche nach einem neuen Job und weiss nicht, hey, wo soll es hingehen? Und ich wünsche dir, dass es schwierig ist, Gott vertrauen. Wir haben bereits gelernt, dass er der Waymaker ist, der Miracle Worker und er ist auch der Promise Keeper. Er wird deine Schritte leiten und er sagt, fürchte dich nicht, weil er hat Gedanken vom Frieden über dich. Der Gott, der sagt, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Der Gott wird seine Versprechen halten. Das wünsche ich dir und dass du darauf vertrauen kannst, dass Gott seine Versprechen hält. In Jeremia 32, 40 und 41 lesen wir. Ich will einen Bund mit ihnen schliessen, der für alle Zeiten gilt. Nie werde ich aufhören, ihnen Gutes zu tun. Ich gebe ihnen Ehrfurcht vor mir, damit sie sich nie mehr von mir abwenden. Es wird mir Freude bereiten, ihnen Gutes zu tun. Und wenn ich sie wieder in diesem Land wohnen lasse, dann tue ich dies von ganzem Herzen und bleibe auch dabei. Ich glaube, es ist ein Vers, das nicht nur damals gilt, sondern auch, das wir heute noch ins Herzen nehmen und uns sicher sein, Gott ist der Promise Keeper und er wird uns gut tun und jedem von euch. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch da und denkst ja hey ist alles schön und gut ist alles recht ist ja cool was du da von der Bühne nach her erzählst aber bei mir sieht es von ganz anders aus ich bin vielleicht krank Depressionen andere Schicksalsschläge in meinem Leben mir geht es nicht gut sonst irgendwie Jobmässig falls wir überhaupt nicht Ehe ist gerade Kacke es läuft einfach wirklich gar nicht und ich fühle mich so voll in dieser Dunkelheit dann höre jetzt noch einmal ganz gut zu weil im letzten Abschnitt heisst es Light in the Darkness übersetzt Licht in der Dunkelheit und und ich habe euch auch da wieder jemand mit gebracht der das selber erlebt hat das ist vielleicht ein bisschen schwieriger weil es hat paar mit stecken aber wenn ihr überlegt Dunkelheit wer könnt ihr sein sehr gut der Hiob genau der Hiob ist ein reicher Mann hat eine grosse Familie gehabt viel Besitztümer viel Land viel Tier und er steht er soll Gottes fürchtig sein und hat den Armen geholfen also so ein richtiger Vorzeige Christ würde man vielleicht sagen doch dann läuft in seinem Leben auf einmal alles aus dem Ruder seine Tiere werden gestohlen seine Diener getötet und das Schlimmste was einem Menschen passieren passiert dem auch noch das Haus wo alle seine Kinder feiern und Party machen sind stürzt ein und alle sind tot und das wäre das nicht schon genug wird er auch noch krank und ich verstehe dass er irgendwann anfängt Gott gewisse Vorwürfe zu machen und sagt hey wieso aber das Coole ist Gott begegnet auch dem Hiob und sagt im Helog so übersetzt ich bin dein Licht in dieser Dunkelheit hält an mir fest und weil Hiob das macht segnet ihn Gott und gibt ihm noch viel mehr als vorher und ich finde es so cool die Geschichte und ich finde es so krass und ich weiss definitiv nicht wie ich reagiere ich habe selber kein Kind aber ich glaube spätestens die meine Beziehung mit Gott noch wenn Kinder sterben aber eins weiss ich Gott ist es nicht egal wie es mir geht und Gott ist es nicht egal wie es jedem von Einzelnen geht er ist mein Licht in der Dunkelheit wenn es mir schlecht geht und ich hoffe auch dass er eues Licht sein auch in meinem Leben gab es gewisse Sachen zum Beispiel 2020 bei unserer Kinderwoche statt gefunden wir haben im Jahr bei unserer Kinderwoche mit 120 Kindern 80 Leitern und ich habe dort die Gesamtleitung über das Ganze und 2020 hat in dieser Woche meine Mutter aufgrund ihrer Parkinson Erkrankung einen Herzstillstand hatte weil sie sich auch etwas verschluckt hat und von einem auf den anderen Tag hat es gemacht sie weg und sie ist dann auch später im Spital leider verstorben und es macht von einem auf den anderen Tag die Decke und es ist nicht mehr so wie früher ein Schicksalsschlag trüpft einem sie hat über 30 Jahre als Katechätin in einer Kirche ich bin in ihre Fussstab vertreten und ich habe mich gefragt hey Gott wieso also was soll das aber das coole oder das krass coole finde dass Gott mir in dieser Zeit noch nie so nahe war wie dort nicht nur mir sondern meiner ganzen Familie und das ist auch wenn ich in dieser Dunkelheit bin was bei mir auch gibt ich auch nicht immer nur der Glücklich oder der der Freude hat sondern auch bei mir gibt es Tage wo es mir nicht gut geht es gibt Tage wo irgendetwas nicht läuft und dann kann ich sagen hey du bist mein Licht im Dunkeln light in the darkness manchmal gibt es in unserem Leben so Sachen die wir nicht verstehen Menschen werden krank sie sterben aber was ich in dieser Zeit wirklich eindrucksvoll lernen ist wie Gott mein Licht ist und das ist der vierte und letzte Punkt den ich euch mitgeben vielleicht bist du jetzt da und bist auch in dieser Dunkelheit vielleicht wegen den Gründen die ich vorher gesagt habe vielleicht aus einem anderen Grund aber ich finde es cool dass wir vor Gott ehrlich sein wir müssen uns vor Gott nicht verstellen weil er weiss genau wie sie uns aus aussieht du dürfst blütig sein du lachen und lachen vor ihm und ich finde das mega cool und das coolste finde dass Gott sagt in Jesaja 54 10 die zu meinem absoluten Lieblingsvers gehört Berge mögen einstürzen und Hügel wanken aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken das verspreche ich der Herr der sich über dich gebarmt egal in welcher Dunkelheit du bist es könnte jeder Berg kann einstürzen aber seine Liebe zu dir wird nie vergehen ich wünsche dir dass du an dieser Liebe von Gott festhalten egal wie es dir gerade geht wenn rund um dich rum alles einstürzt und die Hügel wanket soll er dein Licht sein und seine Liebe wird nie verlassen dann day maker miracle worker promise keeper light in the darkness my god that is who you are and light in the darkness Untertitelung des ZDF für funk, 2017